Servus! Im heutigen Video machen wir wieder anders am Golf 4 weiter. Bei dem ist noch das Türschloss zum reparieren. Das werden wir heute erledigen. Das Problem ist, dass das ZV nicht richtig funktioniert. Es geht nur noch das Fahrerschloss auf und das wollen wir heute beseitigen, den Fehler, damit die Türen wieder alle aufgehen. Jetzt können wir uns das hier mal anschauen, wenn wir den Schlüssel benutzen und zwar jetzt ist die Tür offen. Wenn man die Tür zuschließt, das macht er, aber man hört halt keinen elektrischen Ton. Also sprich, die Zentrale, die funktioniert nicht. Also hinten ist auch noch geschlossen. Das geht auch nicht auf und zu. Als erstes werden wir jetzt mal die Tür öffnen, damit wir den Schließzillender lösen können. Und zwar haben wir jetzt hier diese Plastikverkleidung. Die muss zuerst runter. Und da innen jetzt, das sieht man jetzt hier, da ist eine Schraube drin. Die muss gelockert werden. Dann kann man vorne den Schließzillender sozusagen nach vorne wegnehmen. So ist da eine Torxschraube drin. Die muss man lösen. Da ist dann so ein Messingring um die Schraube rum, beziehungsweise um den Halter. Der hält den Schließzillender vorne fest, damit man den nicht einfach rausnehmen kann. Die Schraube muss auch nicht komplett rausgenommen werden, sondern einfach die wird gelöst, damit sich dieser Ring da drin entspannt. Dann kann man den Schließzillender vorne wegnehmen. Jetzt mal den Griff rein ein bisschen. Jetzt sieht man schon, jetzt kommt der Schließzillender schon raus. Da habe ich innen jetzt noch dieser Seilzug für den Griff. Dann ist sozusagen der Griff mit Türschloss beziehungsweise Schließzillender schon ausgebaut. Im nächsten Schritt werden wir jetzt hier die Türverkleidung zerlegen. Dann sollen wir jetzt einmal hier die Griffschale. Die muss weg. Da ist hinten so ein Plastikteil dran, das man nach vorne wegziehen muss, damit der Griff sich lösen kann. Da kann man den Griff nach oben wegziehen. Der ist reingeklipst. Da muss man auf der Rückseite noch die Stecker lösen. Dann kann man ihn zur Seite legen. Jetzt haben wir hier drinnen, haben wir Kreuzschlitzschrauben. Die müssen entfernt werden, damit er sozusagen oben locker ist, damit man die Verkleidung dann auch letztendlich unternehmen kann. Dann haben wir hier oben an der Ecke noch eine. Die müssen wir auch lösen. Das ist auch ein Kreuzschlitz. Jetzt haben wir unterhalb von der Verkleidung noch drei Schrauben. Die müssen wir auch noch lösen und dann kann man die Türpappe wegnehmen. Jetzt sind alle Befestigungsschrauben entfernt. Jetzt kann man die Türverkleidung wegziehen. Jetzt haben wir hier oben den Seilzug für die Türbetätigung von innen. Die kann man da aushängen. Da ist ein kleiner Haken drin. Dann haben wir jetzt noch das Kabel für die Spiegelverstellung. Das werden wir auch rausnehmen. Genauso wie für den LED von dem Knopf oben. Und somit ist die Türverkleidung auch schon weggebaut. Bevor wir jetzt das Innere hier lösen können, müssen wir jetzt erst mal die Scheibe lockern. Die müssen wir noch oben aushängen, weil sonst können wir den ganzen Teil hier nicht ausbauen. Dazu haben wir jetzt noch mal kurz den Stecker angeschlossen, beziehungsweise den Fensterheber, damit wir das Fenster hochheben können und dann auch lockern können. Dann kann man jetzt hier in die Löcher reinschauen. Da fährt jetzt gleich die Befestigung von der Schraube hoch. Da sieht man das schon. Die muss man lösen, damit man die Scheibe sozusagen locker machen kann. Die werden wir uns dann oben an dem Türrahmen festkleben. Dann kann man die ganze Kabelage und die ganze Teile hier aufbauen. Es reicht, wenn man sich da ein bisschen Klebeband hernimmt. Dann kann man die sozusagen einfach oben einhängen, damit sie nicht runterfallen kann. Dann passt das. Wenn man jetzt hier reinschaut, das sind jetzt diese Füßchen, die die Scheibe normalerweise festhalten. Im nächsten Schritt werden wir jetzt hier die ganzen Zehner-Schrauben lösen, damit wir dieses Teil da komplett rausbekommen. Die Schrauben sind jetzt alle entfernt. Jetzt kann man das Schloss schon mal lockern. Jetzt haben wir hier vorne zwei Schrauben drauf. Wenn wir die lösen, löst sich das Schloss. Da die Innenverkleidung ausschaut, als wäre es noch nicht ungewiesen, wird es relativ schwierig sein, die abzubekommen. Das ist aber normal. Ist auch kein Problem, wenn sich das ein bisschen verbiegt, weil das ein sehr weiches Material ist. Das Problem ist halt nur, das schaut schlimmer aus als es ist. Wie man sieht, das löst sich jetzt hier schon. Mal dringensrum ein bisschen abmachen und dann kommt das schon runter. So, nachdem das alles ja entfernt wurde sozusagen, der Kleber, das ja auch sehr locker gemacht wurde, kann man jetzt hier die Türverkleidung eben wegnehmen. So, nachdem alle Kabel gelöst sind, kann man jetzt die innere Türverkleidung erstmal zur Seite legen. Wir haben jetzt das neue Teil, muss der rauslegen. Das sah natürlich genauso aus wie das alte, aber ja, mit Funktion natürlich. Wie gesagt, das Draht müsst ihr euch übernehmen. Das ist bei dem neuen nicht dabei. Jetzt kann man da wieder einfädeln. Jetzt wird da so eingeklipst und da mit dem Haken eingefügt. Da oben ist jetzt dieser Hebel, der muss aufreien. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da ist so eine Plastiknase, damit die nicht abbricht. Dann haben wir hier noch den kleinen. Den müssen wir natürlich auch wieder mit reinmachen. Der ist für die Türbetätigung außen. Nachdem wir jetzt die ganzen Teile da rangemacht haben am Schluss, kann man das jetzt erstmal wieder einbauen. Da werden wir jetzt vorne wieder die zwei Schrauben befestigen, damit das sozusagen erstmal fixiert ist und wir dann die innere Türverkleidung wieder anbringen können. Wenn das Schloss drin ist, kann man den Türgriff auch wieder einbauen. Der ist so eingehebelt. Dann müsst ihr immer wieder schauen, dass ihr die kleine Lasche da drauf bringt. Die ist sozusagen dafür zuständig, dass wenn man außen den Türgriff anzieht, dass die Tür auch geöffnet werden kann. Das sieht man jetzt, da ist so ein kleiner Plastikkopf, der wird da reingesteckt. Jetzt haben wir hier den Schließzylinder, der muss da auch wieder rein. Nachdem er drin ist, kann man jetzt hier drinnen wieder die Schraube befestigen, damit der Schließzylinder auch wieder befestigt wird. Gut, ist der Griff schon mal installiert. Als nächstes werden wir jetzt hier wieder die innere Verkleidung anbringen. Dann kann man den Fensterheber auch wieder installieren. Nachdem die innere Türverkleidung sozusagen wieder angelegt ist, kann man die wieder mit den 10er Schrauben befestigen, damit uns die nicht mehr runter fällt. Dann können wir die Türverkleidung wieder installieren. Jetzt können wir das Klebeband wieder von der Scheibe entfernen, damit wir die Scheibe sozusagen wieder auf ihre alte Position bringen können. Dann wird die da drinnen wieder festgeschraubt an den zwei Punkten und dann funktioniert die auch wieder. Dann können wir jetzt hier die Beckel wieder zumachen, diese Service-Lupen. Dann ist das auch wieder installiert. Dann werden wir jetzt hier die Türverkleidung wieder anbringen. So, die Türverkleidung wird da einfach nur drauf gehämmert wieder. Die hüpft dann in diese Clips ein. Dann befestigen wir uns wieder unsere drei Schrauben für die Türpappe. Dann die drei unteren wieder. Jetzt haben wir hier noch unseren Griff bzw. unseren Schalter. Der wird dann noch angesteckt und wieder reingeklipst. Hinten noch die Plastikschiene drauf und fertig ist die ganze Sache. Jetzt werden wir mal die ganzen Funktionen testen, ob das richtig funktioniert mit der ZV. Hoffen wir es mal. Dann werden wir die Tür erstmal schließen. Jetzt können wir mal schauen, ob das funktioniert. Wie man sieht, es schließt auch wieder. Also man hört auch den elektrischen Klang. Das Schloss ist zu. Es geht überall auf und zu. Das sieht man jetzt auch da hinten. Aber mal schaut. Es geht schön hoch unter der Nippel. Das hat vorher nicht funktioniert. Perfekt. So, das war jetzt mal das Einbauvideo vom Türschloss. Wie ihr gesehen habt, das funktioniert alles wieder. War definitiv kaputt das alte. Passt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.